Hallo, grüßt euch. Ich weiß, ihr habt lange darauf gewartet, auf mein zusammenfassendes Statement zur diesjährigen Dessauer Boxnacht. Ihr seht, ich bin wieder im normalen Tagesgeschäft unterwegs, hier bei uns im Polizeisportverein. Und habe jetzt auch soweit alles ziemlich abgearbeitet, was in der Nachbereitung der Veranstaltung noch angefallen ist. Kurz ab, bevor ich zu den Einzelheiten komme, bedanke ich mich erstmal bei allen Sponsoren, Helfern, Zuschauern, die da waren, die einfach auch dafür verantwortlich sind, dass wir so eine fülle Veranstaltung überhaupt machen können. Ja, zum Thema Zuschauer, wir waren sehr zufrieden, sind zufrieden mit der Frequentierung der Veranstaltungen. Wir hatten also zu den Hauptkämpfen über 2000 Zuschauer auf den Rängen und unten im Bereich am Ring. Ich denke mal, das ist super, so eine Steigerung zum letzten Jahr, wobei ich dazu sagen muss, dass wir letztes Jahr noch beschränkt waren durch Corona. Begonnen hatten wir 16 Uhr mit dem Einlass. Da kam erstmal der erste Schwung rein, das ist klar. 17.30 Uhr dann die Kinderkämpfe. Da waren dann auch schon sehr viele Zuschauer da. Ein großer Teil ist nochmal zu den Hauptkämpfen gekommen. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil auch die Vorkämpfe bzw. die Nachwuchskämpfer auch verdient haben vor einer vollen Kulisse zu boxen. Ja, aber auch da waren es schon, sage ich mal, 1.000, 200, 1.500. Ich habe den mal eben losgeschickt, der da mal erzählt hat. Es hatte sich ziemlich verteilt auch durch den Bereich mit den Bars und den Bierwagen beziehungsweise der ganzen Versorgungsstrecke. Da waren es ja immer 2012. Und ich denke mal, damit kann man eigentlich zufrieden sein bei so einer Veranstaltung. Wie gesagt, wie eben schon erwähnt, 17.30 Uhr ging es dann los mit den ersten beiden Kinderkämpfen. Dann ein bisschen Rahmenprogramm. Ich denke mal, dass die Geschichte mit der Kugel, mit den Motorrädern euch sehr gut gefallen hat. Das ist stark, das passt auch zu uns, zu unserer Veranstaltung. Genauso wie abschließend nachher ein großes Feuerwerk, worauf sich auch schon wieder alle gefreut haben. Danke nochmal an Christian Knauer, dass er da wieder so ein Ding rausgehauen hat und uns da wirklich in allen Belangen entgegengekommen ist. Ich komme mal zu den Kämpfen, die wir dann beschritten haben, was Wertungskämpfe sind. Die Kinder, das ist Vorboxen gewesen. Vorboxen heißt immer, dass die Kinder sich erst mal daran gewöhnen, vor so vielen Leuten zu boxen. Laut Wettkampfbestimmung in Deutschland ist es auch erst möglich, mit zwölf Jahren Wertungskämpfe zu machen. Die Beteiligten waren unter der Alterskategorie. Deswegen Vorboxen. Einige von denen dürfen nächstes Jahr dann schon richtige Wertungskämpfe machen. Die Vorboxkämpfe enden somit auch immer unentschieden. Wie gesagt, es ist einfach nur da, dass sich die Kinder an die Atmosphäre gewöhnen, an den Boxring und überhaupt vor Zuschauern zu kämpfen. Ich kann mich daran erinnern, wie das bei mir war damals. Ich hätte mich gefreut, wenn es so eine Möglichkeit gegeben hätte, weil ich war auch schon älter, bin also gleich in Wertungskämpfereien 16. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe mir schon das erste Mal wirklich, naja, ich sage es mal aus Deutsch, bald eingeschissen, wo ich zum Boxring gelaufen bin. Das haben die dann alles nicht mehr, die Kinder. Die gehen völlig locker, wenn die dann 13, 14 sind zum Ring und wissen genau, was da passiert. Also das ist schon eine wichtige Sache, das sollten mehrere Trainer machen, finde ich. So, dann hatten wir als Ersten, was eigentlich ein K-1-Kampf werden sollte, den Janis Gulas. Der hat einen Boxkampf gemacht, weil der Gegner am selben Tag abgesagt hat. Glücklicherweise war er mit Ferdinand Berischer ein Boxer mit, der eigentlich die Osnabrücker nach Dessau gefahren hat. Also er war eigentlich als Fahrer mit. Der hat sich dann bereit erklärt, dort den Kampf zu machen, weil das Gewicht, das hat natürlich 1 zu 1 gepasst auch. Das war wirklich viel Zufall auch mit dabei. Er ist gleich eingesprungen und hat, sage ich mal, dem Janis einen super Boxkampf geboten, den er auch gewonnen hat. Natürlich, für Janis schwierig, er war auf K-1 vorbereitet, musste dann boxen. Ist aber kein Problem, hätte er auch gewinnen können. Er weiß selber, was er für Fehler gemacht hat. Wir haben das auch durchgesprochen, woran es lag im Endeffekt. Aber es war ein Kampf über drei Runden, es war ein harter Kampf, war ein blutiger Kampf. Und ich denke mal, man hat gesehen, dass wir auch kämpfen und dass wir auch ehrlich in Sport treiben. Und wenn man ehrliche Boxkämpfe veranstaltet, dann kann auch natürlich mal der andere gewinnen. Das ist logisch. Der David Bodenstedt hat den einzigen K-1-Kampf auf unserer Veranstaltung gemacht, was natürlich auch, will er sagen, geschuldet war. Er hat seinen Gegner natürlich komplett unterschätzt. Die Quittung dafür hat es natürlich dann gegeben. Technisch sehr versiert, Doga in Kronatz, gegen David Bodenstedt. Und hat das Ding dann auch nach Punkten gewonnen. Klar nach Punkten gewonnen. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. David weiß, was er nächstes Mal besser machen muss. Und völlig in Ordnung. Als vierten Wertungskampf bei uns hatten wir Florian Hesse, Gentleman's Boxing. Man kann auch sagen, alte Herrenboxen, Seniorensport. Weil das ist ja schon eine Kategorie Ü40. Warum sollte man auch nicht solchen Leuten die Möglichkeit bieten, vor einer Kulisse zu boxen? Ich bin mir da für nichts zu schade. Auch Leute zu trainieren, die mit 40 hierherkommen zum Training und sagen, Mensch, wir finden das schon immer gut und hatten die Zeit. Wir würden ja gerne mal boxen lernen. Jeder Trainer sagt dann wahrscheinlich, da würde ich jetzt meine Zeit nicht dran verschwenden. Aber ich sage mir, okay, wenn der einen Traum hat, warum soll ich den nicht erfüllen? Dann soll das so sein. Ja, natürlich ist die Gegnerwahl dann dementsprechend, dass wir den da keinen 20-Jährigen hinstellen. Der voll im Saft steht, ist völlig klar. Da stimmen die Verhältnismäßigkeiten nicht. Er hatte letztes Jahr den gleichen Gegner mit Murtaza Hussain. Hat den Kampf verloren nach Punkten. Dieses Jahr war es halt andersrum. Da war Flow wieder besser. Wir mussten gucken, wie man ihn einstellen. Wie gesagt, bei einem 44-Jährigen, da passiert jetzt nicht mehr viel. Da kann man auch nicht mehr viel beibringen oder lernen. Da ist irgendwo eine Grenze vom Körper her gesteckt. Wir haben uns auf das konzentriert, was er kann. Er sollte gerade Hände schlagen, sollte eigentlich einfach boxen. Das hat er gemacht und hat sich somit den Sieg gesichert. Kim Wendler als vierte, Entschuldigung, hat sich nun endlich gefreut auf ihren Titelkampf, der dieses Jahr stattfinden konnte, nachdem die eigentlich geplante Gegnerin vom letzten Jahr die letztes Jahr abgesagt hatte, dieses Jahr auch im Vorfeld schon die Seel gestrichen hat. Hatten wir mit Theresa Peters, eine ebenbürtige Gegnerin, die sich der Sache gestellt hat. Und es war auch ein Top-Kampf. Technisch super, ordentliches Boxen. Am Ende konnte Kim zu unserer Freude, unserer Zufriedenheit und zu ihrer Freude, das sind ja auch vorhin Tränen geflossen, hat man ja gesehen, den Kampf dann als Siegerin, den Ring als Siegerin verlassen. Und somit war ich dann eigentlich für die Veranstaltung mit unseren Kämpfen durch. Ja, die Kämpfe, die zwischendurch gelaufen sind, mit Sportlern aus Ludwigsfelde, Osnabrück und Halberstadt, Bernburg, waren alles eigentlich Top-Kämpfe. Also die Zuschauer haben eigentlich das honoriert und haben gesagt, also die Fightcard war super dieses Jahr, waren ausgewogene Sachen. Auch die Profibox-Kämpfe, die noch dazwischen geschoben wurden, weil wir brauchen ja als Veranstalter, ich bin ja da nicht nur Mitveranstalter, sondern auch Trainer, ich bereite die Kämpfer vor, ich bin in der Kabine, ich bin eigentlich nur am Hin- und Herren, brauchen wir natürlich auch Zeiten. Deswegen hatten wir dieses Jahr auch mehr Pausen eingebaut. Ja, die einen Zuschauer fanden es gut, die anderen fanden es schlecht. Die hätten halt mehr Boxen gesehen. Ich meine, gut, wir haben 13 Kämpfe geboten, mussten natürlich ziemlich zeitig anfangen und hatten halt statt zwei Pausen, drei Pausen eingebaut, dass die Trainer auch die Möglichkeit haben, ihre Kämpfe vorzubereiten und nicht zwei oder drei Kämpfe ganz so ein Jahr hintereinander haben. Ja, das ist für die Kämpfer auch blöd. Das muss man nicht haben. So, dann kommen wir jetzt zu den Hauptkämpfen. Der erste Hauptkampf des Amts war Ronny Gerbl gegen Viktor Plotnikov aus der Ukraine in die WBU-Weltmeisterschaft im Superwettergewicht. Das war ein Knaller. Ich war überrascht, wie stark Viktor Plotnikov in diesem Kampf gestartet ist. Ja, Ronny war in der zweiten Runde auch schon das erste Mal am Boden. Das einzige Mal, er hat sich davon erholt. Glücklicherweise. Dass das ein starker Mann ist, er kommt aus der Ukraine, das wussten wir vorher. Aber das er so nach vorne gegangen ist, war für mich überraschend. Ja, vielleicht war es auch nicht ganz Ronny sein Tag. Nicht jeder Tag ist gleich, das wissen wir, aber es war ein wahnsinns Kampf über zwölf Runden. Es fing hin und her, es war ein harter Kampf. Ja, es war nicht einfach nur so, nur technisches Boxen, sondern auch wirklich hart. Das Urteil am Ende lautete unentschieden. Geschuldet dadurch, dass sich ein Punktrichter bzw. Supervisor verzählt hatte bei den Punkten. Das kann passieren. Das ist auch nicht schlimm. Ronny hat auch nach dem Kampf ein super Statement abgegeben dazu, wo man auch gesehen hat, wie ehrlich Boxen sein kann. Also ich fand, ich hatte Gänsehaut in dem Moment, weil das Unentschieden in dem Fall, sage ich mal, auch nicht gerechtfertigt war, weil der Plotnikow eben tatsächlich besser gewesen ist. Natürlich sind da Nachrohrwälte gekommen und haben gesagt, Mensch, was hat sich denn der Ringrichter, der Supervisor dabei gedacht, denn da noch hoch zu gehen und das zu ändern? Ja, mein Gott, ich sehe es mal so, wenn ein Busfahrer einen Fehler macht und verursacht einen Unfall und da sterben Menschen bei, würde der sicherlich ja noch zur Zeit zurückdrehen, um das Ungeschehen zu machen. Und unser Supervisor bzw. auch die Punktrichter haben einfach die Zeit genutzt, die noch da war, um, was das betrifft, die Rechtlichkeit walten zu lassen und ein rechtes Urteil in dem Kampf zu fällen. Und so wie es auch Ronny gesagt hat, war Viktor Plotnikow an diesem Tag der bessere Mann und der bessere Mann hat gewonnen. Also braucht sich dann im Endeffekt keiner beschweren, dass das nochmal geändert wurde. Oder es wurde ja auf der Veranstaltung geändert. Wir haben ja schon einige Sachen erlebt. Da haben welche in Tschechien geboxt und haben eigentlich den Kampf verloren. Und im Boxrec in der Hangliste stand dann auf einmal drin, dass der den Kampf gewonnen hat. Ja, obwohl Bilder überall im Netz waren, wie der Arm vom Gegner rum war. Also sowas finde ich dann schon ehrlich, wie gesagt, ein bisschen grenzwertig. Wenn nicht sogar hinterfört sich, würde ich das benennen. Denn ich denke mal, wir können damit zufrieden sein. Es hat ja Veranstaltung keinen Abbruch getan und hat eigentlich einfach nochmal die Ehrlichkeit beim Boxsport unterstrichen, den wir eigentlich machen wollen. Der zweite Hauptkampf, den bestritt Ramona Kühne. Das war natürlich unser persönliches Highlight auch. Ramona als mehrfache Weltmeisterin in verschiedenen Verbänden und Gebietsklassen hat ihre Profibox-Karriere besser beendet und hatte als Gegnerin die Julia Kuczenko. Was wirklich eine Gegnerin war. Es war kein Opfer, es war eine Gegnerin. Also es war ein ähnlich harter Kampf wie der erste Hauptkampf. Ein Kampf, der über volle Runden ging. Ein Kampf, der beiden Sportlerinnen und Sportler alles abverlangt hat. Und für mich persönlich war es halt und für die Zuschauer auch eine Freude, wenn eine Sportlerin, die Ramona Kühne, ihre Karriere mit einem Sieg beendet. Mit der WBF Weltmeisterschaft in Profiboxen. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Ja, auch das Ganze nach dem Kampf, es war sehr emotional alles. Ja, auch das zwischen ihrem Mann, was ja auch ihr Trainer ist. Dass er den Hochzeitstanz auch noch dort gemacht hat, im Nachgang auf der Veranstaltung. Dann, wie gesagt, das Feuerwerk, die Freude der ganzen Fans, das war irre. Ja, das Publikum war ja die ganze Zeit da. Das hat man auch gehört. Das kann man auch nicht beschreiben. Ich denke mal im Fernsehen, wir hatten jetzt auch zwei Fernsehsender da. Einmal mit dem RBW und KW-TV, die das live übertragen haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Fernsehen übergekommen ist, aber es war eben eine sehr emotionale Geschichte, wenn man live dabei war. Und das war mit der Krönung der Abschluss der 11. Dessau, Boxnacht. Ja, ich finde da auch keine Worte jetzt eigentlich. Das kann man nicht beschreiben, da muss man dabei gewesen sein. Das war auch stark. Wir freuen uns jedenfalls, dass die Veranstaltung so gut gelaufen ist, aus sportlicher Sicht und im Rahmenprogramm und aus Sicht der Zuschauer, was im Vorfeld so eine Veranstaltung passiert und womit man sich als Veranstalter, Trainer so rumschlagen muss und was für Probleme da immer mal noch aufgeworfen werden, erzähle ich euch im nächsten Video. Und das seht ihr morgen. So Leute, grüßt euch, da bin ich wieder. Hier ist versprochen der zweite Teil oder das zweite Video, wo ich einfach mal ein bisschen erzählen wollte, was im Vorfeld so eine Veranstaltung so passieren kann. Eigentlich auch nicht passieren sollte, womit man sich immer mal so ein bisschen rumärgern muss oder rumschlagen muss. Und das erste Problem ist, was uns dieses Jahr mal ereilt hat, war die Sache mit dem Personal. Wir hatten also im Vorfeld unserer Veranstaltung wirklich unser eigentliches Team. Durch die Größe der Veranstaltung brauchten wir natürlich noch mehr Personal. Ja, das war schwierig zu finden. Kennen wir ja alle, hören wir überall momentan. Zuverlässige Leute zu finden, ist momentan schwierig. Boah, macht mich natürlich ein bisschen sauer, weil ich weiß natürlich, dass viele, viele Leute nicht arbeiten gehen. Ja, da fehlen einem manchmal auch die Worte. Ja, ich bin immer der Meinung, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist mein Slogan dazu. Der zweite Punkt ist meistens so die Sponsorensuche. Wir haben natürlich unsere Hauptsponsoren, die stehen meistens. Da gibt es gar kein Problem. Wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass die immer hinter uns stehen, zu uns stehen, bei uns stehen. Neue Sponsoren zu finden, ist in der momentanen Zeit halt immer schwierig, weil man hört überall das Gleiche. Ja, letztes Jahr war okay, dieses Jahr ist es Krieg. Und ja, da frage ich mich dann auch, ob das jetzt das Heilmittel ist, um irgendwie Dinge darauf zu schieben. Ja, das ähnlich war es Corona, jetzt ist es der Krieg. Da jetzt dann auch eine Preisgestaltung der vielen Gewerke, mit denen man da zusammenarbeitet. Ja, das geht dann los bei den Dixi-Scheiß, äh Quatsch, Entschuldigung, Toiletten. Das braucht man ja auch alles, ja, das kostet auch einen Haufen Geld. Ja, das waren schon herbe Verhandlungen dieses Jahr. Weiter geht es bei der Zimmersuche für unsere Sportler. Viele Hotels sind halt im Vorfeld ausgebucht. Da hat man sich dann gefragt, warum, wieso, weshalb. Ja, dann hat sich im Endeffekt herausgestellt, worüber vorher nicht gesprochen wurde, dass die Hotels halt auch anderweitig genutzt werden. Ja, dass dort auch Leute untergebracht sind, die jetzt gerade aus ihrem Heimatland fliehen mussten. Das wussten wir auch nicht. Das wurde auch nicht kommuniziert vorher, dass wir dann dort auch noch Sportler unterbringen. Das ist auch eine schwierige Sache gewesen. Die krasseste Nummer war mit den Verbänden dieses Jahr, weil es hing hauptsächlich um den Kampf von Ramona. Der sollte ja erst ein LBF-Kampf werden, dann ein WBC-Kampf. Am Ende ist es eine WBF, auch ein großer Verband, Weltmeisterschaft, die wurden wir, worüber wir uns auch sehr freuen. Ich danke auch dem Christian Rösen dafür, dass das alles so funktioniert hat. Auch verbanns- und vereinstechnisch. Ja, die Gegnerinnen, die wir gesucht haben für Ramona, wir hatten mehrere zur Auswahl, waren teilweise einfach auch zu schlecht. Und die Julia Kuczenko, gegen die sie im Endeffekt hochgeboxt hat, war eigentlich die, die wir hätten von Anfang an haben wollen. Dann kam natürlich vom Verband, die darf nicht boxen. Sie darf nicht boxen. Warum? Sie hatten eine estnische Boxlizenz. Box für Estland ist aber eine virtuelle Russin. O-Ton war, Russen dürfen nicht um Weltmeisterschaftstitel boxen. Das war das, was mir gesagt wurde von dem einen oder anderen Verband. Und da finde ich eigentlich, ja, das finde ich diskriminierend, wirklich. Weil ich stehe dazu, ich habe es auch öfter schon mal öffentlich, schriftlich oder mündlich vorgebracht, dass ich Sport und Politik eigentlich klar trenne. Und das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. All die, weil ja Ronny Gawel, sein Gegner, aus der Ukraine war. Und ich habe nicht gesehen, beim Wiegen, dass die sich nicht leiden konnten. Oder dass die auf dem anderen losgegangen sind. Da waren Russen und Ukrainer in einem Raum, das muss ich mir vorstellen. Ja, da herrscht gerade Krieg. Also das war eine Nummer, Leute, das war für mich völlig unverständlich. Und dass man denn da so eine Knüppel zwischen der Beine geschoben kriegt als Veranstalter, das war, das ist irre. Ja, ich danke da auch sehr Ramonas Mann und Stefan, mit dem ich eigentlich täglich telefoniert habe, wo es um die Gegnersuche ging, der am Ende die Flüge gebucht hat und sich da noch drum gekümmert hat, um mir da noch Arbeit abzunehmen. Weil das sind so Punkte, das sind Sachen, die kann man einfach nicht brauchen. So eine Woche vor der Veranstaltung. Die kann keiner gebrauchen. Weder der Boxer, der immer noch nicht weiß, ob er nur final gegen die Person oder gegen die Person boxt, noch wie gesagt der Trainer oder der Veranstalter. Das nächste ist ja, wenn die Veranstaltung von der GBA sammationiert wird, kann dort kein Titelkampf von XYZ stattfinden, weil sich die Verbände unter anderem nicht grün sind. Leute, wir wollen doch alle nur dasselbe. Wir wollen doch alle nur boxen. Das ist ja wie beim Amateurboxen. Ist ja das gleiche. GBA, DBV, verstehe ich nicht. Man sagt ja auch immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Warum nimmt sich denn ein Boxverband raus zum Beispiel und sagt, das müssen wir sanktionieren oder der andere Weltverband sagt, wir arbeiten nur mit dem Verband zusammen. Warum jetzt da? Natürlich nur Geld. Das ist richtig. Aber wo bleibt der Sport? Wir haben den Spagat hoffentlich hinbekommen, dass wir eine Veranstaltung gemacht haben unter Aufsicht der GBA. Das sie getrennt haben durch eine Pause und dann für den einen Kampf, für den letzten Kampf, nochmal ein komplett neues, anderes Kampfgericht bezahlt haben. Ja, das ist, ich sag mal, für den Veranstalter ist es natürlich ein finanzieller Aufwand, natürlich, aber das sollte das jetzt eigentlich im Endeffekt kein Problem mehr wahrstellen. Den Kampf auch wirklich einzutragen, den Kampf zu lenken, da sehe ich überhaupt kein Problem. Zumal der letzte Kampf halt vom estnischen Boxverband sanktioniert wurde, wo es dann wieder hieß, wir dürfen doch keine ausländischen Verbände in Deutschland Veranstaltungen sanktionieren. Ja, selbstverständlich dürfen die das. Ja, das hat es doch schon gegeben. Das kann ich auch raussuchen, das kann ich alles belegen, was ich jetzt hier sage. Natürlich sanktioniert auch der österreichische Boxverband Veranstaltungen in Deutschland, natürlich sanktioniert auch der tschechische Boxverband Veranstaltungen in Deutschland. Das ist überhaupt kein Problem, normalerweise. Ja, also weiß ich nicht, warum es da jetzt im Nachhinein vielleicht noch die eine oder andere Querele geben könnte. Ich finde, es sollten sich alle mal zusammenreißen und mal drüber nachdenken, worum es überhaupt geht, nämlich um Sport. Und wenn sich hier schon im Kleinen Verbände nicht vertragen, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass auf der Welt Krieg herrscht, wenn das schon nicht funktioniert. Das war nur noch mal ein kleiner Anstoß, um einfach mal nachzudenken. Ja, prinzipiell wollen wir alle nur dasselbe. Ich saß jetzt zum vierten Mal, glaube ich, und das ist Boxen, Sport machen. Und was anderes interessiert mich als Veranstalter auch nicht. Und ich lasse mir da auch nicht reinreden oder würde mich da auch nicht erpressen lassen, wenn es dann heißt, ja, der Verband wird keinen Weltmeisterschaftskampf sanktionieren, wenn die GBA als ausrichtender Verband die Veranstaltung sanktioniert. Wir machen das ja nun mit selbem Verband, haben wir das 11. Mal gemacht und wir waren immer zufrieden. Ja, und die Urteile und Entscheidungen waren auch immer, okay, warum sollte ich denn also einen anderen Verband nehmen? Das habe ich nicht verstanden, weil wenn ich zufrieden bin, bleibe ich da. Und da lasse ich mir auch von keinem irgendwo dann dort die Pistole auf der Brust setzen. Ich kann ja nicht jemanden in den Hintern treten, der mich die ganze Zeit unterstützt hat. Das haut nicht hin. Und das hat für mich auch ein bisschen was mit Loyalität zu tun. Ja, Loyalität ist zum Beispiel so ein Wort. Einige, die predigen das jeden Tag und halten das selber nicht ein. Aber für uns ist das nicht nur ein Wort. Wir machen das auch so. Und das wollte ich halt abschließend einfach nochmal vorbringen, weil das ein Punkt war, der uns in der Vorbereitung der Veranstaltung im Gegnersuche für die Hauptkämpfung mächtig belastet hat. Ich wünsche euch allen erstmal noch einen schönen Sonntag und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.